Tag zusammen, wir Gartenhelden. Heute ist wieder der Tag für die Pflanze der Woche. Und das ist die Geranie. Wunderschöne Rote haben wir hier. Das ist eine Calliope Dark Red. Richtig schön. Guckt euch mal diese Blüten an. Die Geranie ist bei uns in Deutschland der umgangssprachliche Name für die Pelagonie. Die gibt es seit dem 17. Jahrhundert in Europa. Dieses Storchschnabelgewächs gibt es in mehr als 250 Arten. Sie ist eigentlich eine einjährige Pflanze, lässt sich aber auch unter bestimmten Bedingungen überwintern und wiederbeleben. Die Geranienpflanzen ist auch familienbindend. Denn das kann man gut gemeinsam machen. Schaut her. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meiner Pflanze der Woche und pflanzt mal schön. Schaut euch an, was ich euch dazu dann eben nicht zu sagen habe. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020